Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät. So oft glauben und meinen wir, dass Jesus die Dinge viel besser kann als wir uns. Dennoch ist er derjenige, der uns immer wieder zu den Menschen ruft und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und so möchte ich uns heute einladen und ermutigen, dass wir überlegen, gibt es einen Nachbar, eine Freundin, einen Freund, ein Familienmitglied, zu dem wir heute gerufen sind.